Eine gute, eine sehr konzentrierte Leistung der Eisernen. Und dann idealer Auftakt in Durchgang 2, 54. Minute. Christian Gentner, der viel Ruhe reinbrachte, das Spiel sehr gut leitete. Eihahn will den eigentlich anders klären. Dann kommt er von Uja zu Gentner und der zieht von der Strafraumgrenze ab. Sein Saisontor Nummer drei. Und was für ein schönes, sehr überlegtes Union klar vorne.